So, und ein neuer Versuch. Das muss jetzt doch einfach klappen. Ich hoffe, das wird diesmal nicht abschmieren. Tag 5, Versuch 5, was auch immer. Ich mach mich erstmal gezielt auf die Suche. Alter, der kleine Pisser will es aber wissen. Ich mach mich gezielt auf die Suche nach dem Safe. Hier ist er nicht. Vielleicht ist er in der Garage. Hier die Pulle nehme ich mal mit. Komm, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen einfach. Jo, da ist der Safe. Und wir müssen eigentlich nur noch die Nummer kriegen. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen rumeideln. Man wird ja doch ein bisschen sicherer in dem Spiel jetzt, weil man kennt schon einige Sachen. Ich weiß nicht, was uns da noch überraschen kann. Scheiß Raudis hier. Komm, gehen wir nochmal den Hund besuchen. Alter. Ich hoffe zumindest, der Hund bleibt tot. So, haben wir Rest in Peace gesagt. Und jetzt, ach, schnell wieder rein. Ist aber auch ein Wetterchen hier draußen. So, bloß schnell rein. Hier hat sich nichts getan. Gut. Ich will ja immer noch, dass irgendwas mit diesen Sachen hier passiert. Bööö. Hm. Hm. Ich dachte schon, das überrollt uns jetzt. Ich wollte nur mal gucken, was da passiert. Offenbar klappt das ganz gut. Was für eine hässliche Uhr. So. Und wir gehen schon mal hoch. So gut es geht mit dem torkelnden Typen. Ja, das kennen wir auch schon. Ich glaube, der Poltergeist ist langsam ratlos. Der weiß nicht genau, was er machen soll. Auch das kennen wir schon. Ja, 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 ja. Ja, ich wollte eigentlich den Globus mitnehmen, aber das ist ja unser Trophy-Regal, habe ich jetzt gelernt. Hier sollen ja eigentlich unsere Trophäen stehen. Da liegt ein Schlüssel. Schlüssel! Schlüssel, Schlüssel! Äh, wieso ist das Ding gerade grün gewesen? Miau. Miau. Gut, ansonsten ist ja alles ruhig. Es ist... Ach, Alter. Es ist ja der erste Abend. Das Ouija-Brett ignorieren wir mal einfach. Und legen uns schon mal schlafen. Am zweiten Tag... Da unten stehen schon die Figuren. Guck mal, das sieht man jetzt von hier unten aus dem Winkel. Unten links. Die sind doch schon um die Treppe aufgestellt. So ein Fuchs, dieser Poltergeist. Der ist auf jeden Fall nicht faul. Hört man schon. Es wird einfacher, wenn man die Sachen kennt, die passieren. So, wir haben jetzt noch zwei Tage Zeit zu überleben. Okay, bitte stürz nicht ab. Bitte, bitte, bitte. Hallo. Ich bin der Mann ohne Spiegelbild. Huch. Das ist das andere Bild, das man sehen konnte. Von wem ist das? David Löbmann. Paranormal. Ah. Das ist, glaube ich, die Küche, ne? So ein Rohentwurf von der Küche. Ich hasse diese Stelle so sehr. Ich hasse sie so sehr. So, 1, 3, 6 ist es jetzt. Moment. So, 1, 3, 6 hat das Bild gerade wieder gewechselt. Boah, scheiß Diarrhoe. Ähm. Und wir kommen mal wieder nicht raus. Okay, 1, 3, 6. Gut. Warum probieren wir mal unser Glück? Natürlich. Falle, 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 Falle. Oh nein, und unten diese, diese komischen Mannequers, die erstes Mal stehen hier bei der Treppe. Das sind voll die Hooligans. Die stehen jetzt unten an der Treppe wieder rum. Haben wir schon gesehen. Das Sofa steht zum Glück diesmal. Das schwebt nicht. Haben wir dann Fernseher angemacht? Alter, ich... Trotzdem krieg ich eine Gänsehaut, obwohl ich das schon kenne. Die Möbel schieben sich durch die Gegend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, lass doch den Scheiß, lass doch den Scheiß. Pschsch. Puh, Alter. Gut, der macht wenigstens nix. Okay. Der Safe... Lass mich vorbei. Der Safe steht in der Garage. Komm ich da jetzt dran? Lass mich doch mal den Safe benutzen. Mann, ich will den Safe benutzen. Wieso kann ich den Safe nicht benutzen? Alter, diese Kamera, dieses Shaky Cam. Ähm. Das geht irgendwie nur aus einem ganz bestimmten Winkel. Ah, so. 136. 136. Ja. Ja. Wir haben den Key zum Basement. Oh. Ich hoffe, jetzt passiert nichts auf dem Weg, aber wir sind da gleich um die Ecke. Wir sind da gleich um die Ecke. Wir sind da gleich um die Ecke. Puh, puh, puh. Was ist das denn? Da war jemand. Häää! Was? Schickes Kleid und schicke Städte. Ja. December 21st, 1984. I've been returning to that room in the basement every day since the deaths. It makes me feel better, more at peace. December 23rd, 1984. A woman from the hidden room has been following me ever since I saw her. The presence I've been feeling isn't Marcus, it never was. She kills everyone I love. Why? What have I done, God? December 25th, 1984. Christmas is just another reminder that Jesus doesn't give a damn about protecting me. Satan's whore killed everyone I love and now she stalks me, follows me, haunts me. January 11th, 1985. I have the urge to kill. Is my mind being tainted? Is my very soul being perverted and contorted by this evil place? Why did I ever set foot in that room? Is this why Marcus acted so strangely before he died? Is the same thing happening to me? January 15th, 1985. If anybody reads this, I apologize for anything I've done. Destroy the house. Gas leak. Utility closet. Basement. Stop this evil. Shit. Ach du scheiße. What? Utility closet? Hallo, ich kann mich... Ich kann mich nicht bewegen. 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 Lass mich in Ruhe. W-W-W-W-W-W-W-W! Alter, wie haben wir das überlebt? Und wieso braucht die Alte überhaupt ne Matratze hier? Utility closed im Basement Mitten im können wir ja nichts, da liegt noch ein Schlüssel Gas leak Guck Guck ARD Text im Auftrag von Funk I know all you are. Three hours ago, we successfully stopped the fire at the house. One set of human remains was found in the basement of the home. The nature of the fire appears to be gas-related and purely accidental, though the matter will be investigated thoroughly by our department. The deceased has been identified as Mattel Clark. Die Nachrichten! Haha! Always a tragedy, when something like that happens. On a brighter note, the weather on the coast is set to keep the sun shining. Which means, this weekend will be the perfect weekend to go to the beach. And now here is your comedy with sports. Die Credits und wir sind durch. Ach sieh mal einer an. Level Design mit Cone, mit Cone, mit Cone, alles mit Cone. Bis auf Sound Design, da hat auch Aaron Wilde mitgemacht. Und Concept Art der David Löbmann. Menus von Brian Howell. Paranormal Logo ist von Isaac Cone. Der heißt Matt Cone, Matt Cone, Matt Cone, Matt Cone. Und auch vielen Dank an Matt Cone, der bei uns ja mit in den Kommentaren schreibt. Und in den Videos habe ich gesehen. Ach, Mensch. Ja, das war also Paranormal. Ähm, war natürlich recht kurz. Ist ein Ein-Mann-Projekt. Wie gesagt, gern unterstützen. Für 8€ könnt ihr euch die Vollversion kaufen. Selber spielen macht zehnmal mehr Spaß als zuschauen. Kann ich nur empfehlen. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Paranormal 2 hat sich schon ein bisschen angekündigt in den Zwischenscreens immer. Da heißt es nämlich dann, dass man in Paranormal, quasi in Paranormal 2 wahrscheinlich, als Gegner den, ähm, Hauptcharakter aus dem ersten Teil hat, glaube ich. Oder man spielt da den Toten. Ich weiß es nicht genau. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Naja, sieh mal an, ne? Ach guck mal, Nightmare House 2 kennen wir ja auch noch. Boah, The Grudge. Sehr, sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Poltergeist sowieso. Blair Witch Project auch. Paranormal Activity kann ich nur den ersten empfehlen. Der Rest war dann mehr so, hm? Sieh mal einer an. Und 4 haben wir ja auch gespielt. Amnesia müsste man auch mal penumbra. Ach man. Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war ein kurzes Mini-Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es dauernd abgespielt ist. Auch wenn es Mini war. Und ich hoffe, wir haben genug mitgenommen vom Spiel. Dass ihr einerseits genug gesehen habt. Andererseits aber auch noch selber was zum Gucken habt. Wenn ihr das mal selber spielen solltet. Oder wollt. Auf jeden Fall mit Vollbild. Mit Licht aus. Bei Nacht. Guck mal hier, die ganzen Credits sind mal ganz verspielt. Flitzen hier einmal durch. Ähm. Wie gesagt. Selber spielen. Mit Kopfhörern auf natürlich. Und schön laut gedreht. So wie ich hier. Ich mach das ja mal extra. Damit ich mich wirklich erschrecke. Weil bei den Horror-Games macht es mir am meisten Spaß. Da so mich rein zu fühlen. Sozusagen. Dass mir hier wirklich die Pumpe geht. Nur so kann man Horrorspiele spielen. Alles andere ist irgendwie witzlos. Naja. Das war Paranormal. Und es könnte passieren, dass wir davon noch ein Replay machen werden. Dauert ja nicht so lang. Aber der Matt Cohn ist ja am entwickeln wie ein Wahnsinniger. Da kommen ja ständig neue Versionen raus. Demnächst soll es wieder ein Update geben. Da gibt es dann irgendwas mit Stains. Da gibt es irgendwelche Events mit Stains. Oder irgendwas soll man damit machen können. Ich weiß es nicht. Also mit Flecken auf Teppichen oder Wänden oder sonst irgendwas. Und es werden noch zigzig Ideen eingepflegt. Es sollen noch zigzig Ideen kommen. Sowas wie der Garten. Wie gesagt. Das gab es vorher auch nicht. Das kam dann alles erst nach und nach. Das heißt. Es könnte sein, dass das Haus noch nach und nach immer größer wird. Immer mehr Schrecken auftreten random. Ähm. Die Sound, also die Lautstärken der einzelnen Sounds sollen noch angepasst werden. Auf Surround auch. Und so weiter und so fort. Da tut sich noch einiges. Und ich glaube. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge, Menge Potential. Auch wenn es nur so Jumpscares ist. So Jumpscares sind. Scarejumps. Jumpscares. Whatever. Jedenfalls. Ähm. Auch wenn es eigentlich nur größtenteils daraus besteht. Muss man sagen. Gerade das macht den Reiz aus. Weil es ist kein wirklicher Gegner da. Einen Poltergeist siehst du ja nicht. So. Thanks for playing. Without you. Paranormal would not be what it is today. Also to be continued. Continued. Also. Paranormal 2 bin ich sehr sehr gespannt drauf. Aber auch auf die nächsten Updates bei Paranormal 1. Wie gesagt. Holt es euch. Für 8 Euro kann man das mal unterstützen. 10. Die Alte lebt noch. Hab ich doch grad gesehen. Oder war er das jetzt? Ich weiß es nicht. So. Und pünktlich. Jetzt ist das Spiel natürlich abgeschmiert. Wie gesagt. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Mal gucken was wir uns als nächstes vornehmen. Vielleicht ja. Vielleicht. Vielleicht ja. Boah. Ich hab da noch was. Ich hab da noch was. Das wird gut. Ich glaube das wird gut. Ja. 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 Wurde mir empfohlen. Hab ich angetestet. War sehr lustig. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und ist auch vom deutschen Programmierer. Auch wieder von einem einzigen. Der das programmiert hat. Ich bin sehr sehr gespannt. Ob ich das als Let's Play so bringen kann. Äh. Könnte ein bisschen dauern vielleicht. Ich lass mich überraschen. So. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.